Ich glaube, dass das hier ein generelles Problem in unseren westlichen Gesellschaften ist, dass wir immer einen Zustand anstreben, den wir für optimal halten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Leben kein Zustand ist, sondern ein Prozess, und zwar ein Entfaltungsprozess. In diesem verwickelten Zustand kann niemand seine Potenziale entfalten, dass es doch eher darauf ankommt und wir glücklich darüber sein können, wenn schon wieder etwas passiert ist, was uns den Horizont erweitert. Und das finde ich richtig spannend als Idee. Aus meinem Bild ist es so, wenn es uns gelingt, die Fülle zu sehen, in der wir hier so haben und sein dürfen, da sind Hände, die kraftvoll zupacken können, da sind Wunden, die sich von selbst verschließen, da sind so Kräfte, die am Werke sind, die mir eigentlich zum Wohle sind, die darauf ausgerichtet sind, mir zu helfen, lange gesund, sinnerfüllt zu leben. Und ich finde immer, wenn es gelingt, diese Fülle der Möglichkeiten, die wir in uns tragen, zu sehen und dafür Dankbarkeit aufbringen zu können. Und diese Dankbarkeit dann würzen, wie du sagst, mit der Liebe. Also ich liebe das Leben, das ich hier in dieser Form geschenkt bekommen habe, leben darf. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage geschaffen, auf dem sich dann auch die Zellen dann tanzend bewegen können, um es mal so auszudrücken. Und die Meditation, so wie ich sie verstehe, da begegnen wir uns ja selbst in einem Feld von Einverstandensein mit dem, was ist. Und das, denke ich, bringen auch all die großen Traditionen hervor, die die Meditation so ganz in den Mittelpunkt stellen, um eben da in so eine Kohärenz zu kommen mit dieser Kraft, die da so schwer zu beschreiben ist mit Worten, die der Wort eigentlich gar nicht fassen können, mit diesem Unbestimmten in Verbindung zu kommen und dafür dankbar zu sein, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und ich kann mir vorstellen, dass diese positive Erwartungshaltung, die sich daraus ergibt, sehr gesundheitsfördernd sein kann. Und das finde, alle Ärzte sind gut beraten, wenn sie Menschen, ihren Patienten Mut machen, dass es immer wieder Lösungen gibt und dass wir immer wieder Lösungswege finden können. Und da ist die Schatzkiste der Naturmedizin auf der anderen Seite, da ist das gereifte schulmedizinische Wissen auf der anderen Seite. Und wenn wir das in entsprechender Weise rüberbringen können als Ärzte, glaube ich, wenn das nicht so angstbesetzt ist, können wir da einen ganz wertvollen Beitrag leisten. Was hast du für dich persönlich so erfahren? Was hat dir immer wieder geholfen, in so schwierigen gesellschaftlichen Situationen trotzdem mit beiden Füßen fest auf dem Boden geerdet zu sein, souverän, resilient dem da zu begegnen, was gerade auch Politik im Moment so von sich gibt? Was ist dein Anleitung? Also ich hatte das auch und ich glaube, dass das hier ein generelles Problem in unseren westlichen Gesellschaften ist. Nämlich, dass wir immer einen Zustand anstreben, den wir für optimal halten. Also Friede, Freude, Eierkuchen soll sein oder Glück soll herrschen oder geliebtwillig werden oder das Himmelreich möge bitte erscheinen. Auf alle Fälle sollen die Probleme alle aufhören. Und das findet eigentlich dieses Denken, findet dann seinen kleinen Niederschlag in all dem, wofür sich Menschen heute so einsetzen und was sie so anstreben. Also der Urlaub soll schön sein, die Kreuzfahrt soll toll sein. Also man kann überall gucken und es sind immer Zustände. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Leben kein Zustand ist, sondern ein Prozess. Und zwar ein Entfaltungsprozess. Das kann man jetzt im Frühjahr so schön sehen. Da ist alles, was da lebendig ist, dabei sich zu entfalten. Und was sich nicht entfaltet, das ist eigentlich tot angestorben. Und deshalb geht es möglicherweise, oder das wäre vielleicht die große Lernerfahrung, vor der wir jetzt stehen, dass es nicht um das Erreichen von irgendeinem Zustand geht, sondern um die Entfaltung unserer Möglichkeiten und dass das Erreichen des Zustandes relativ uninteressant ist. Und wenn wir tatsächlich unser Augenmerk nicht darauf richten, dass wir immer irgendwelche Zustände erreichen wollen, die wir für Glück halten und für optimal halten, sondern wenn wir unser Augenmerk darauf richten könnten, dass es doch eher darauf ankommt und wir glücklich darüber sein können, wenn schon wieder etwas passiert ist, was uns den Horizont erweitert. Wo der Blick größer wird, wo wir eine neue Erfahrung machen, die wir bisher noch nicht hatten, wo wir etwas Fremdes kennenlernen und feststellen, mein Gott, so umgeht es ja auch. Wo wir neue Verfahren auch in der Medizin ausprobieren können und dann feststellen, ja, hier gibt es noch ganz andere Ansätze, die haben wir alle noch gar nicht ausprobiert. Das ist ja alles ein Entfaltungsprozess. Und wenn wir uns gegenseitig helfen würden, in diesen Entfaltungsprozess reinzufinden, dann müssten wir nicht ständig konkurrieren, wer endlich zuerst diesen angestrebten Zustand erreicht hat. Dann könnten wir sagen, okay, ich entfalte mich hier, du entfaltest dich dort, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten und alle helfen uns dabei, dass dieses Potenzial, was da in jedem von uns angelegt ist, auch wirklich sich entfalten kann. Und dann wäre das eine Gesellschaft, in der alle Mitglieder ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung des anderen hätten. Und das finde ich richtig spannend als Idee, weil dieses unbedingte Interesse an der Entfaltung des anderen die Definition von Liebe ist. Wenn du wirklich eine Definition von Liebe suchst, das ist die einzige, mit der man wirklich einverstanden sein kann. Alles andere, was uns da aufgeschwatzt wird, dass Liebe etwas mit dem zu tun hat, was man da im Bett miteinander macht, oder dass man unter Liebe etwas versteht, ohne dass man nicht leben kann und wovon man dann abhängig ist, das ist alles absurd. Aber eine Liebe, die sich als unbedingtes Interesse an der Entfaltung des anderen äußert, die wäre interessant. Und dann kann man sagen, ja, und wenn ich mich selbst mag, wenn ich mich selbst liebe, dann habe ich auch ein unbedingtes Interesse an meiner eigenen Entfaltung. Und dann würde ich nicht auf dem Sofa sitzen bleiben, wenn ich weiß, ich kann auch draußen mich bewegen und mich in der Natur bewegen und irgendwelche Dinge tun, die mir gesundheitlich und meinem Körper gut tun. Dann würde ich darauf achten, dass diese Entfaltung dann auch wirklich so gut wie es nur irgendwie geht, ermöglicht wird. Und da, glaube ich, ist noch viel Luft nach oben. Und das hat alles, wie wir jetzt sehen, nur was mit der Vorstellung zu tun. Klar kann man das dann am Ende auch objektiv nachweisen, dass es funktioniert, aber zunächst muss ich erstmal eine Vorstellung davon haben, worauf es im Leben ankommt und worum ich mich kümmern möchte und was ich deshalb in den Mittelpunkt meiner Bemühungen stelle. Und wenn ich das dann tue, dann merke ich plötzlich, dann verbinde ich mich mit dem, was ich tue und das wird eins. Und dann wird auch das Denken, Führen und Handeln wieder eins. Und dann kann es sein, dass wir miteinander spüren, was das für eine große Kraft ist, die man Liebe nennt und die in der Lage ist, die Angst zu besiegen. Und wenn es mehr Menschen gäbe, die sich selbst ein kleines bisschen mehr mögen würden, hätten wir auch nicht so viele, die so viel Angst hätten. Ja, das würde voraussetzen, man ist nicht so viel in Angstsituationen, in Stresssituationen abgelenkt von dem eigentlich Wesentlichen. Also das scheinbar Wichtige, das sich immer wieder drüber legt, über das eigentlich Wesentliche. Und ich finde auch, ich beobachte das natürlich auch, dass gerade in Ländern, wo Menschen sehr, sehr alt werden, in diesen Blutzones, sicherlich ein großer Teil des Altwerdens darin liegt, dass diese Menschen ja in einem geschützten sozialen Rahmen sehr alt werden, meist ein familiärer Rahmen, wo also keine Defensivmaßnahmen, keine Ablenkung durch Überlebensstress stattfindet, durch Manipulationen von außen, sondern wo der Rahmen gegeben wird, der sichere Rahmen, der geschützte, der geborgene Rahmen gegeben wird, in der familiären Struktur, wo sich dann Potenzial entfalten kann, weil einfach der Raum dafür da ist. Und ich glaube, dieser Raum, der sich in dieser Sicherheits-, in dieser kooperativen Sicherheitszone da entwickelt, und wenn der noch gepaart ist mit dem Gefühl von Wirksamkeit, von Selbstwirksamkeit, das hast du ja auch früher in vielen Stellen gesagt, dieses Gefühl, selbstwirksam, sinnhaftig, tätig sein zu können, innerhalb dieser sozialen Gemeinschaft, das ist sicherlich eine gute, vertrauensvolle Grundlage, mit Potenzial angelegten Möglichkeiten, sich in der schönsten Weise entfalten können. Ja, und dieses Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten ist ja ein Grundbedürfnis, mit dem wir schon alle auf die Welt kommen. Und auch dieses andere Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit ist so ein Grundbedürfnis. Und die einzige Beziehungsform, in der Menschen gleichzeitig miteinander sich verbunden fühlen, fühlen und alles dafür tun, dass der andere in seine Kraft findet und sich entfalten kann, diese Beziehungsform heißt eben dann nicht Angstmacherei und auch nicht Konkurrenz, sondern die heißt Liebe. Ja, und das ist sicherlich auch die stärkste heilende Kraft, die wir in der Medizin nutzen können, und sei es wenigstens auf der Ebene, dass wir empathisch zuhören und empathisch Worte finden, die Hoffnung machen, denn die Hoffnung ist berechtigt und keiner von uns kann sich anmaßen, darüber eine Aussage zu machen, wie der Lebensweg eines anderen Menschen verläuft. Und das liegt ja in anderen Händen. Was würdest du meinen oder unseren Kollegen, die an vorderster Front arbeiten, was würdest du ihnen so mitgeben als Tipp, um dieses Vertrauen zu stärken, um diese Sicherheit zu geben, dass da etwas ist, was ich entfalten möchte? Und wie können wir Patienten inspirieren, dass sie da mehr Augenmerk darauf richten, auf diese Potenzialentfaltung? Weil die ist ja Teil auch eines Gesundungsprozesses. In dem Moment, wo ich mich entfalten kann, muss der Körper mich nicht mit Signalen darauf aufmerksam machen, dass ich hier vielleicht auf Abwägen bin. Und er inspiriert mich ja häufig mit diesen Signalen, Dinge zu verändern und Balancen, Gleichgewichte, Kohärenz wiederherzustellen. Ja, es passiert uns ja allen beim Hineinwachsen in diese Gesellschaft, dass wir uns, dass wir feststellen, dass wir diese Bedürfnisse, die wir haben, doch nicht so stillen können, wie wir das gerne möchten. Und dass wir sehr leicht von anderen zu Objekten, von deren Erwartungen und Absichten und Zielen und dann auch zu Objekten, von deren Bewertungen und Belehrungen und Maßnahmen gemacht werden. Und das sind alles schwere Verletzungen, für die finden wir dann irgendwelche Lösungen. Aber das sind oftmals eben Lösungen, die dazu führen, dass wir uns verwickeln, dass wir mit Lösungen dann operieren und unser weiteres Leben gestalten, die nur Notlösungen sind, weil eben es nicht uns gelungen ist, unsere Grundbedürfnisse anders und authentisch zu stillen. Und in diesem verwickeltem Zustand kann niemand seine Potenziale entfalten. Da kann auch niemand gesund bleiben. Und da findet auch keine Salutogenese statt. Und deshalb müsste man versuchen, aus diesen Verwicklungen wieder herauszufinden. Und der beste Weg nach allem, was ich bisher gesehen habe, besteht darin, dass man anfängt, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Und das sage ich jetzt ganz bewusst auch an alle Kollegen, an alle ärztlichen Kollegen, die uns hier zuhören. Man könnte versuchen, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das ist nicht so schwer, das kann man immer zumachen. Und dann könnte man sich Momente schaffen, in denen man sich wieder verbindet mit diesen authentischen Grundbedürfnissen, weil man sich ja fragen muss, was einem eigentlich gut täte. Und dann findet man auch wieder Gelegenheiten, das zu tun, was einem gut tut. Und damit kommt man zurück in seine eigene Gestaltungskraft. Und wenn die beiden Grundbedürfnisse nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und nach Verbundenheit gestillt sind, ist man ja kein Bedürftiger mehr. Und das ist das, was ich dann so spannend finde, dass es dann plötzlich für einen Menschen, der bis dahin immer noch als Bedürftiger rumgelaufen ist und immerzu von anderen was haben wollte, also und sei es auch nur Anerkennung und Bewunderung oder sowas, dass der dann plötzlich jemand wird, der anderen was schenken kann. Der will nichts mehr von anderen haben, der kann was verschenken. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung für diese hohe ärztliche Kunst, die man manchmal findet, dass Ärzte in der Lage sind, ihr Wissen, ihre Kompetenzen, ihre Fähigkeiten und all das, was sie sich so mühevoll im Laufe ihrer ärztlichen Praxis erworben haben, dann auch an ihre Patientinnen und Patienten verschenken zu können. Und die Patientinnen und Patienten spüren das, dass das eine, jetzt mache ich es mal richtig übertrieben, eine Liebesgabe ist. Das heißt, wenn du sagst, umso mehr der Arzt in seiner Mitte ist, umso mehr er sich auch um seine eigene, ja, um seine eigene, sich mit seiner eigenen Bedürftigkeit auseinandersetzt oder umgekehrt seine eigene Fülle spüren kann, umso mehr kann er auch von dieser Fülle weitergeben. Und du hast ja ein schönes Buch geschrieben, Lieblosigkeit macht krank. Da geht es ja genau um das Thema. Das heißt, mit dieser inneren Hältung von Empathie können wir natürlich etwas nach außen geben, was dann natürlich auch wieder zu uns zurückkommt. Und das macht dann natürlich auch mehr Spaß in der täglichen Arbeit, wenn wir dann eben auch die Früchte wieder ernten können, wenn Patienten dann das eben auch umsetzen, was wir ihnen als Inspiration mit auf den Weg geben. Und da ist ja häufig genug zu tun im Bereich der Ernährung, der sportlichen Bewegung, des Rausgehens aus dem Stress. Und du hast es eben gesagt, das Allerwichtigste, das Hineinspüren, was brauche ich wirklich, was braucht meine Seele, um sich in der schönsten Weise entfalten zu können. Und wo sehe ich dieses Wesentliche nicht, weil das scheinbar so Wichtige alles überstrahlt. Wir haben in der Meditation natürlich auch, ich habe hier dieses Buch Mantra-Medizin vor einigen Jahren geschrieben, die Kraft der positiven Ausrichtung. Da geht es natürlich auch darum, wie kann ich mit den spannendsten Mantren der Weltmedizin mein Unterbewusstsein etwas betanken, mit dieser Essenz der Dankbarkeit, der Fülle, der Liebe zu mir selbst, damit sich meine Möglichkeiten mir gegenüber selbst mehr offenbaren und ich mehr Vertrauen finden kann, dass da ein innerer Anker in mir ist, an dem ich mich immer wieder festhalten kann, um damit mein Leben reichhaltig und bereichernd zu gestalten. Gerai, was möchtest du zum Abschluss noch dazu sagen? Ich, gerade jetzt möchte ich einfach noch sagen, wie sehr ich mich freue und wie schön das ist, dass wir anfangen zu erkennen, dass Menschen in allen Kulturen und zu allen Zeiten nach Lösungen gesucht haben für die wirklich wesentlichen Fragen, die sie beschäftigt haben. Und dass sie da so unglaublich viel Erkenntnisse gewonnen haben, die sie jetzt als ihr kulturelles Erbgut an andere Kulturen, an andere Menschen verschenken können. Das ist eigentlich ein wunderbarer Prozess und obwohl die Welt im Augenblick in einem erbärmlichen Zustand ist, gehe ich doch davon aus, dass das nur eine Übergangsphase wird und dass es uns über kurz oder lang doch noch gelingen wird, zu einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen, in der nicht in Kohärenzen und ständiger Streit und Machtkämpfe und Konkurrenz und Niedertracht und was man alles so heute sieht, das Leben und das Zusammenleben der Menschen bestimmen. So kommt ja kein Mensch zur Welt. Das ist alles erworben und zwar unter Bedingungen und von Erwachsenen, die es einfach noch nicht besser gewusst haben. Hier kann man noch viel machen und das ist auch ein Heilungsprozess, der da in Gang kommt. Ja, also mich begeistert immer wieder die Ethnomedizin, das gereifte Heilwissen der Zeiten und Kulturen, was Menschen einfach zusammengetragen haben zum Wohl ihrer sozialen Gemeinschaft, um Leben zu erleichtern, Leben zu bereichern in Form von Weisheiten, von Routinen, von Ritualen oder auch von Hellpflanzen oder Meditationsformen, sich zu verbinden mit diesem Unbenennbaren, um daraus Kraft und Sicherheit zu schöpfen. Noch ein Schlusswort von dir? Ja, nur das, wir lernen eben nicht aus Büchern, sondern aus Erfahrung. und das, was wir aus eigener Erfahrung und eigener Anschauung gelernt haben, das sitzt dann. Das ist was anderes als Wissen, was wir von irgendwoher übernommen haben und uns in die oberen Cortex-Bereiche eingespeichert haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, nicht einfach nur Wissen anzusammeln, sondern etwas auch zu erkennen. Vielleicht haben wir mit diesem Gespräch ein bisschen dazu beigetragen. Im Deutschen gibt es ja dann noch stärkere Stufen, die reichen vom Wissen über das Erkennen zum Begreifen. Da merkt man, da ist jetzt schon der ganze Körper, also zumindest der obere Teil mit den Vorte-Extremitäten mit dabei. Und den schönsten Begriff für das, worauf es im Leben ankommt, den haben wir im Deutschen mit der Bezeichnung Verstehen gekennzeichnet. Also wenn ich etwas verstanden habe, dann, das kommt ja vom Stehen, dann reicht das sozusagen vom Kopf bis in die Füße und verbindet meinen Körper und meinen Geist und meine Seele. Und wenn ich etwas wirklich zutiefst verstanden habe, kann ich nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und deshalb denke ich, ja, lasst uns gegenseitig helfen, dass wir nicht lauter Wissen sammeln und uns von irgendwelchen künstlichen Intelligenzen einreden lassen. Sie seien schlauer. Künstliche Intelligenzen können weder was erkennen, noch können sie was begreifen und verstehen können sie schon gleich gar nichts. Ja, wunderbar. Ja, und ich sage auch noch mal, vertraut auf euren inneren Arzt, auf eure Intuition, diese innere Weisheit gibt häufig klarer den Weg vor als ein langer weißer Kittel. Möge er auch noch so lang weiß sein, gleicht lang und weiß sein, gleicht es immer ab mit dem, was euer inneres Gefühl sagt und dann trefft eine souveräne, eigene Entscheidung. Gerhard, ich danke dir vielmals und freue mich auf unser nächstes Gespräch irgendwann mal wieder. Ja, danke dir auch und vielen Dank und schöne Grüße an alle, die uns hier zugeschaut und zugehört haben. Alles Gute.